hallo ihr lieben ihr fragt euch auch gerade, was ich jetzt mache ja, Eigentum verpflichtet heißt es und im Leben eines jeden Cachers gibt es Momente, die man eigentlich nicht haben möchte, nämlich wenn man als Owner eine sogenannte DNF bekommt, also eine Did Not Found Mitteilung, das heißt, Leute haben deinen Cache nicht gefunden ja, das kann passieren, manchmal stellen die Leute sich zu doof an oder finden es einfach nicht oder ist einfach eine Situation vor Ort, die nicht klar ist, die loggen dann auch ein DNF, ist auch nicht das Problem aber manchmal kommen Indizien und auch E-Mails mit sehr treffenden Inhalt, sodass man dann sagen muss, nee, da muss ich jetzt mal raus ich glaube, die haben das nicht nur nicht gefunden deswegen ist es einfach wirklich nicht da ich gehe also jetzt auf Cache-Tour, auf Wartungsrunde und da nehme ich euch einfach mit und dann wollen wir mal los ich bin schon am ersten Cache angekommen für heute Abend das ist unser großer Disney Multi hier in Förde, über 15 Stationen da soll an Station 2 zum Glück ist es die 2 das Schloss nicht funktionieren das werde ich jetzt mal prüfen gehen ich bin nur froh, dass es die anderen Stationen nicht sind, die weiter rein sind sonst hätte ich ganz schön was zu tun naja, ich habe jetzt auch Glück wir haben ja späte Abendstunde wir sind jetzt gerade um kurz vor 20 Uhr und im Februar ist es da zum Glück noch recht dunkel trotzdem muss man sich natürlich gut ausrüsten von daher darf natürlich die Stirnlampe nicht fehlen sieht momentan ein bisschen doof aus aber hilft ungemein ja, dann wollen wir mal losgehen ja, also das Schöne bei den Helligkeiten hier wenn wir da was sehen, ja, boah das Schöne ist ja, dass ich hier wie ihr seht ziemlich allein im Wald bin das heißt, ich muss jetzt nicht damit rechnen irgendwelche Leute über den Haufen zu rennen ich glaube, so muss ich irgendwann was sehen ah ja, so, Gegenlicht und ja, ich gehe jetzt einfach mal zur Station 2 dann wollen wir mal versuchen nachzuprüfen, was da los sein soll so, sieht natürlich schon ein bisschen komisch aus wenn ich hier so rumase mitten in der Nacht aber ist egal ich bin ja schließlich allein so, dann wollen wir mal nachgucken was der mit der Station ist brauche ich jetzt noch ein bisschen Licht hier so, Stationen Schloss ist auf schon merkwürdig gucken wir mal ganz kurz rein ja, ist verstellt worden gucken, die sind alle drin wenn man nicht mal den Dreck grün hier rausmachen darf das ist natürlich ein Geheimnis was ich hier habe so, Deckel dazu dann wollen wir mal gucken ob wir eigene Schlossjägerkinder kriegen mal gucken, ob der alte Code drin ist ja, das Schloss das ist schlichtweg verstellt worden da habe ich also Pech das werde ich jetzt selber knacken müssen damit ich es wieder einstellen kann da hat irgendein Schlaumeier einen neuen Code eingestellt geil, ne? schade naja gut macht nix da müsst ihr nicht mehr zusehen das mache ich jetzt im Stillen ja ihr Lieben ich habe es geschafft das Schloss ist wieder heile hat eine Minute, zwei gedauert durch eine Lockpicking Technik konnte ich es ja wieder öffnen sprich also den falsch eingestellten Code ermitteln und das Schloss aufmachen jetzt geht es wieder mache ich gleich zu mit der richtigen Kombination und dann freuen sich die nächsten Käscher drauf dass die Zahlen darauf auch wieder stimmen ja, ist vielleicht bauartbedingt dass man das schnell verstellen kann ich weiß es nicht ich werde das mal beobachten sollte das mehrfach vorkommen probiere ich einfach mal ein neues Zahlenschloss aus was ein bisschen anders gebaut ist weil ich glaube das passiert schnell dieses Verstellen hier drin ansonsten kommt da Schlüssel dran den können Sie bei mir abholen naja egal so dann erstmal einpacken wieder zurück zum Auto und ab zum nächsten Käscher so Freunde jetzt bin ich mal ganz schnell weil hier ist eine ziemlich muggelige Ecke aufgrund der Wintervegetation ist nicht viel da wir gucken mal schnell nach was denn der Käscher so macht also hängen tut er ja noch kann ich mal kurz gucken rauf und zu geht er nicht mehr ja doch, da kommt er was steht da drin also der ist gemuggelt und da steht drauf bitte entfernen scheiß Käscher interessanterweise ist es das Listing das ist ja sehr interessant kann man ja noch verbieten also das ist Käschbeschreibung also hier wurde das Logbuch entfernt und eine nicht so schöne Nachricht hinterlassen na gut ich habe jetzt natürlich kein Werkzeug dabei das heißt ich werde den die Tage mal abmachen weil ich glaube das wird hier immer mehr Ärger geben schade ein Käsch der ins Archiv wandern muss das ist halt das Los so jetzt bin ich schon am nächsten Käsch angekommen das ist die Südturmroute ein kleiner Powertrail naja was heißt Powertrail hier kann ich nicht lange stehen bleiben also geben wir Gas Tja der scheint weg zu sein ich werde eben schnell abgucken hier alles also ursprünglich war da oben am Baum am Ast da war einer versteckt aber der liegt auch hier irgendwo anders sonst wenn wir jetzt hier rum gehen hier rum nur am Löffelstiel wer nichts sieht der findet nicht viel ja der ist abgefallen heißt es aber ich glaube eigentlich nicht daran dass ein Stahlseil zwei Millimeter dick 200 Gramm halten kann wenn es dann abfällt ja also da oben ist definitiv nichts mehr wenn es einfach nur abfällt dann würde es ja auch hier sein irgendwo und ich sehe hier nichts also ist mein Käsch im Müll gewandert würde ich sagen in anderen Worten gemuggelt ist natürlich schade ja ich suche nochmal ganz schnell ohne Kamera mit ein bisschen mehr Licht dann bin ich auch gleich weg zum nächsten Käsch also bis gleich ja der ist definitiv weg da habe ich keine Chance ich habe nichts mehr gefunden hm ob ich da einen neuen hinlegen soll muss ich mal drüber nachdenken mal überlegen ich weiß nicht ob das vielleicht die Anwohner hier mitfabriziert haben keine Ahnung naja nicht schlimm ich fahre noch zum nächsten da heißt es auch der sei nicht auffindbar sollte das auch so sein glaube ich eher daran dass hier jemand rumgegangen ist ist ja auch eine neue Art von Sport Caches kaputt machen ja aber ich sage euch wir können mehr publishen als die anderen kaputt machen naja egal jetzt müssen wir ein paar Meter gucken aufpassen weil gleich bin ich schon da und das ist glaube ich hier irgendwo ja so dann bleibt mal Standby so da wollen wir mal kurz gucken das ist ja kein großes Versteck hier ja Auto ist geparkt ja hier geht es runter ziemlich offensichtlich und eigentlich müsste hier jetzt eine Dose sein und das ist extrem leer das Loch das Nachbarloch da drin unten auch wollen wir es mal kontrollieren schauen wir nach jo sauber ordentlich abgeräumt na und hier ist es ja auch offensichtlich da ist nichts mehr drin also auch hier hat jemand den Cache eingesammelt was nicht vermuten lässt dass hier jemand etwas dagegen hat das Problem dabei ist einfach nur man weiß nicht so genau ob das Cache sind oder Anwohner Anwohner würde ich verstehen wenn die sagen Mensch hör mal Privatkunststück da brauchst du mir nicht hin okay dann muss ich das akzeptieren aber bei Cache sehe ich das ein bisschen anders die machen das nämlich dann eher kaputt warum auch immer weil sie Spaß dran haben oder auch keinen Spaß dran haben am Cachen oder Freude oder sonst was also der ist definitiv weg naja gut gibt es hier halt keinen Trail mehr so einen habe ich noch den gucken wir uns noch an einen habe ich noch den gucken wir uns noch an dann bin ich fertig mit meiner Cache Runde dann sind im Prinzip alle die gemeldet worden sind sind dann auch durch und dann haben wir alles fertig so Video aus hier Autofahren so das wird jetzt ganz besonders spannend hier der ist den so gut versteckt dass ich den selber nur mit GPS finden kann ja da rum müssen wir mal schauen ja da war er glaube ich so mal eben wegpacken schnell ein bisschen Licht machen mal gucken jawohl ein Klassiker eine schöne Baumwurzel das Schöne an dem Cache ist den hat Chiara sich ausgesucht ein schöner umgekippter Baum jetzt muss ich mal selber kurz gucken es ist immer ganz besonders schön wenn man als Ohrner seine eigenen Caches nicht findet auch am Boden hier ganz froh das Dürrchen zu finden noch da nicht so Boah Licht also ich glaube jetzt nicht mehr unbedingt daran dass das Zufall ist ich glaube da hat jemand meine Dosen eingesammelt ist natürlich jetzt der Gipfel der Frechner aber es bleibt jetzt eins übrig ich suche nochmal ohne Kamera ich vermute aber fast ich werde nichts finden weil das war ziemlich eindeutig und da bin ich mal gespannt wann die anderen Caches von mir noch kommen komisch ja schade war eine schöne Powertrail Runde naja ist eben Platz für einen neuen nicht schauen wir mal bin gerade ein bisschen sauer so wo ist denn das Ding jetzt hier man 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 ja also ich habe jetzt auch hier nochmal am Schmuggelversteck lange gesucht keine Dosen mehr gefunden das heißt jetzt sind auf dieser Tradi Runde schon mal zwei Dosen weg die anderen habe ich jetzt noch nicht kontrolliert weil es da noch keine Meldung gab ne Quatsch es sind drei Dosen weg das war ja die Landluft Shake Hands unser Schmuggelversteck und ich wette mit euch ich fahre jetzt ein paar Meter weiter ich kontrolliere noch die nächste Station die da gleich kommt das ist der Boom und 100 Pro der wird auch weg sein und dann ist eigentlich völlig klar dass hier jemand aufgeräumt hat dass jemand meine Dosen eingesammelt hat finde ich nicht gut aber ja das ist nun mal halt so mit den Kescher Kollegen ja danke auf jeden Fall ja mal gucken was uns einfallen lassen und vor allen Dingen muss ich mal gucken hier auf der Route gibt es ja noch einen Ohner der einige Stückzahlen mit mir zusammengelegt hat hier ich werde den gleich mal anrufen mal fragen ob der auch irgendwas Auffälliges hat dann wollen wir mal schauen wenn der auch gemuggelt worden ist dann ist es nichts Persönliches wenn er verschont bleibt würde ich sagen hat jemand die Clan Family im Auge gehabt schade eigentlich weil das ist nicht schön ärgert mich ja aber würde mich nicht daran hindern neue Dosen auszulegen ja im Gegenteil ich setze mich ins Gebüsch und dann kriege ich dich so wir fahren jetzt noch weiter so Licht haben wir ab zum nächsten Versteck dann wollen wir mal gucken ob der auch weg ist ja was guck ich eigentlich was guck ich eigentlich natürlich ist er weg ah ne guck mal da wahnsinn eine Dose die ist übrig gelassen worden keine Ahnung ob er die nicht kannte ob er die vergessen hat na gut Glück gehabt schön naja wechseln uns ein bisschen Prost heute Abend so ab nach Hause fängt an zu regnen schade und sagt positive stress wie tatsächlich wie genau dass das Vielen Dank.